bangerang brudis und schwesties herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt zum zweiten teil unseres let's plays von days gone so kamera genug vergewaltigt und jetzt geht es los ich bin gespannt wir machen genau da weiter wo wir aufgehört haben fortfahren die fleißigen kucker die fleißigen die allerfleißigsten wissen wo wir gestern aufgehört haben wir waren an der stelle wo wir unseren kumpel bruder besten freund und vielleicht auch lebensgefährten in unserer basis camp zurückgebracht haben weil ein paar sekten leute also wir wissen es nicht wir vermuten es nur dass die teil einer sekte sind die waren so überall so gekennzeichnet so die waren total vernarbt und so mit so zeichen und so die haben den arm verkokelt warum wissen wir auch nicht genau wir wissen nur dass der ist gerade nicht mehr rumlaufen kann den haben wir zurück geschleift und wir wollen uns jetzt zu fuß auf den weg machen um irgendwas zu besorgen ich weiß nicht was wir besorgen ich weiß nur wir müssen alleine los wir müssen jetzt komplett alleine los und müssen irgendwas besorgen und ich weiß nicht was ich glaube ich einfach vorräte sammeln oder so auf jeden fall was wir bis jetzt gespielt haben sehr sehr cool ich entschuldige mich hier nochmal für den ton von gestern der ton war ich habe mir gestern das video noch angeguckt ich war 50 mal überlegen soll ich das video löschen soll ich es runterholen aber der kanal so wie es mit jedem kanal ist der noch am entstehen ist sage ich mal hat hier und da seine machen hat seine fehler und vielleicht ist es später mal im nachhinein schön wenn der kanal mal so ein paar hundert videos hat ein bisschen mehr klicks abgeben und so ist es gleich schön darauf zurück zu kommen wir sind wieder im spiel herzlich willkommen bei der skochen warum wartest du nicht hier und ich sehe nach ob alles okay ist vergiss es da wartet ein bett auf mich okay alles beim alten hier was es gibt ja auch nicht viel zu klaren in der hut ist alles beim alten wir haben bestimmt verbandszeugen wo ist eigentlich unser bike unser bike muss man da liegen lassen wir haben eine benzinpunkte besorgt für das bike wir sind aber nicht mehr holen gegangen danke hey lass meine flinte hier die flinte will er haben weil ja gefährlich ist im stützpunkt für uns ist das ja nicht gefährlich wir können jetzt in den wald gehen wir gehen jetzt in den wald mit der super soaker und der spritzpistole die jetzt in den wald vielleicht sollten wir das basiscamp hier noch ein bisschen looten die ist auf jeden fall mal ein bisschen munition drin sechs pistolen munition ja wir haben jetzt auch nur noch die pistole so wie ging das nochmal hier hier kann man ja die haben wir ja jetzt die steckt auf jeden fall mal in der hose aber warum kann ich sie jetzt kann man vielleicht im camp keine munition benutzen oder was was mache ich denn wenn zombies ins camp kommen schrank handfeuerwaffen so da können wir öffnen so ja die haben wir ja das weiß ich ja oh eine armbrust sehr schön ja die haben wir hier ist noch nichts drin okay haben wir jetzt die armbrust oder was wo will ich die denn aus hier also die regel ist keine waffen im baumhaus keine waffen im baumhaus okay alles klar ich gucke mal hier noch was liegt denn hier im waschbecken geschirr könnten sie auch mal wieder abspielen hier ne ist ja auch ist ja kein drecksloch ist nur ein baumhaus okay dann gehen wir mal hier runter verdammt bloß dein arm wird eben nicht wieder scheißdreck ich muss was für seinen arm finden so schlimm hab ich das gar nicht eingeschickt ja schade so was ist das hier die flasche die können wir nicht mitnehmen so was ist denn jetzt hier so ich hab okay die knarre hab ich was ist denn jetzt mit dem primärwaffe das ist die okay so und ach so ach das hab ich das halt das hab ich jetzt ein bisschen für blöd gehalten weil kummer na gut spezialwaffe ja ich hab mir jetzt gewünscht dass da ein blick ist wenigstens von der armbrust aber okay na guck mal was hier überall noch so kreuscht und fleuscht im hoffen was ach so es war ich ich wusste dass ich das war na gut dann gehen wir für unseren kollegen ich nehm nicht boosers bike ich muss meins ho ja 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 bolzen herstellen armbrust bolzen kannst du selbst herstellen für das holz benötigst du zer was zedern setzlinge und schrott für die spitze kombiniere die beiden überlebens rat indem du die armbrust kategorie erweiterst und bolzen herstellen gut aber das konnte ich ja grad nicht bevor es dunkel wird ja da kann ich noch nix herstellen hab ich den schuss mit der arme was zum teufel what the fuck buse bist du wach ja dick was gibt's ich hab da grad jemanden ums versteck schleichen sehen was zum hanker was hat der vor keine ahnung ich werd ihm folgen mal sehen ob da noch mehr sind wie gesagt scheiß auf copeland ich mach das nicht für ihn dicken ende ok leute dann gehen wir den mal jagen oh die liegt was totes sollen wir die noch abchecken oder dürfen wir die nicht verlieren naja ich glaub das hat uns nicht zu interessieren gerade muss ich mal wieder ein bisschen langsam laufen wenn man zu lange läuft und die ausdauer verbraucht oh vielleicht stecken uns mal hier hinterm baum wenn du einen talangriff einsetzen möchtest duke dich mit kreis um weniger läm ja gut das wissen wir ja aber möchten wir das möchten wir voll reingehen bangerang mäßig oder sagen wir lieber ah manu chill verwende das fernglas und drücke um gegner zu markieren wenn du gegner markierst kannst du ihre bewegungen leichter verfolgen verfolge menschliche gegner zeigen ihre aufmerksamkeitsstufe an machen wir wir probieren das mal aus so wir gehen dann auf die drauf und dann können wir die markieren so können wir den auch markieren den können wir auch markieren da hinten war da auch noch einer ne im dickisch ist da ein zombie oh ne oh ne oh ne den sollten wir vielleicht erstmal aufschalten ok kacke scheiße wenn ich jetzt das hören die ja nicht ne ich hab schalldämpfer drauf na also haben die das gehört haben die nicht gehört vollidioten so ah hier ist der andere ok ok da hätte ich gesagt oh alter wie viel sind das denn können wir den können wir uns den irgendwie sneaken ja ja leute ich glaube jetzt ist erstmal schleichen angesagt weil es sind glaube ich zu viele für da frontal ich glaube auf bangerang haben die keinen bock ich glaube die sprechen auf bangerang nicht so sehr an wir gehen mal hin die dreht sich auch nicht einmal um die alte ne es fällt mir auch auf dass das eine frau ist aber wir machen keine ausnahmen naja die werden Waffen haben ja scheiß da fahr ich das fällt mir vielleicht ganz außen rum hm die sieht mich doch wenn ich jetzt sie oder aber ich komme nicht an ich laufe mal außen rum da hinten waren war nur einer vielleicht komme ich besser an den an oh fuck die fragt sich was hier los ist ich glaube ich habe jemanden gesehen ich glaube ich habe jemanden gesehen die nannten ihn Sneaky Pete ja ah ja das ist ja das ist ja Wie krallen wir uns jetzt? Schon brutal, das Spiel. Aber geil. Du brauchst das nicht mehr. Du brauchst das nicht mehr, Digi. Schneller Waffenwechsel. Tippe Dreieck an, um schnell deine Priverwaffe zu wechseln. Halt Dreieck gedrückt, um schnell zu deiner Spezialwaffe zu wechseln. Okay. So, den muss auch noch schnappen. Alles klar. Krasse Action ist am Stütteln, Jungs. Was, Mann? Mit mir hatte die es nicht, oder? So, jetzt folgender Plan. Der läuft hier immer noch hin und her. Wo sind denn die anderen beiden? Die sind hier... Die sind da. Ich könnte mir den jetzt krallen, wenn der wieder da... Oder? Der kommt da wieder zurück. So, und wenn der hier zurückkommt... Dann müsste der hier so stehen. Und dann holen wir den raus. Oh, geht nicht. Da ist ja noch einer. Aber der geht auch weg. Jawoll. Jawoll. Hey! Schnell weg, schnell weg. So, der... Okay, der geht... Der kommt gar nicht mal bis hier her. So, ich stelle uns hier hin. Und wenn der auf dem Rückweg ist... Dann kaufen wir uns den Dreckzack. Das war der Letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Ich hätte auch eigentlich einfach nur mal fragen müssen. Ob die freundlich draußen. Okay, Leute. Dann mal auf zum Bike. Ja, verdammte Freaker. Wo sind die denn? Ach, scheiße. Die Freaker. Hab ich noch... Mal herstellen kann ich nix. Ich hab fünf von denen. Ich hab... Okay. Okay. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Ich hab keinen Bock, dass uns nachher hier... Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks. Und dann dieser verdammte Regen. Wieso? Regnet es andauernd. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Ja, ich denke, die können wir da ruhig stehen lassen. Ich weiß nur nicht, ob man die nachher auf dem Rückweg dann auf dem Petto haben müssen. Kann ich hier nicht rüber... Komm schon, Alter. Du bist doch ein Survival-Superman. Er kann über den Stein nicht rüberklettern. Ich muss... Kann ich hier oben? Nee. Nee, nee. Nee, die auch. Oh, Scheiße. Weg, weg. Lauf. Lauf. Hä? Na, Kopfschmerzen? Boah, wie stürgt der denn nicht? Alter, wie viel schlucken die denn? Mehr wollte. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Hier ist alles voll. Die weiß, wo ich bin. Alter. Na, wie ist das? Alter, das sind die Schlucken. Kann nicht mehr weit sein. Komm schon, Baby. Wurzern, Teufel steckst du. Wie heile ich mich nochmal? Ah, okay. Jetzt habe ich den. Okay, alles klar. Hier war's. Genau hier haben wir's abgestellt. Ja, sicher ist es hier nicht. Es ist natürlich nicht mehr da. Es war so klar. Mein Bike ist weg. Wann läufst du auch mal durch den Wald? Lass dein Bike da stehen. Kommst zurück. Und es steht da noch. Geputzt. Fuck. Mit neuen Reifen. Verdammt, Koblenz. Hey. Du bist aus Koblenz' Camp. Zum Teufel ist mein Bike. Hey, stopp. Halt, verdammt. Ich hab dein Bike nicht mal. Ehrlich. Kann ich dich nicht umlegen? Ich bring dich nicht um. Halt an. Verdammte Scheiße. Du musst Koblenz fragen. Ich weiß nicht. Hey. Ich will nur mein Bike. Ich hab nichts gemacht. Oh, Gottverdammt. Okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Koblenz' Männer waren vor mir da. Ich geh zu seinem Camp. Dick, ein Ende. Jetzt müssen wir zu einem anderen Camp oder was? Wie viele Camps sind denn da? Oh, fuck. Alter, was die schlucken, ne? Unnormal. Nein, ich will die Mission nicht verlassen. Alter. Jungs, könnt ihr mir bitte mal sagen, wie ich da reinkommen soll? Ich komm hier mit einem Flinzebogen. Mit einem Baseballschläger. Und kaum Munition. Und die sitzen hier in Fort Knox. Kann ich oben rum? Nee, ne? Bestimmt nicht. Nee, sonst verlasse ich wieder die Mission. Sind die mir feindlich gedummt? Hallo? Hallo? Sind das meine Feinde? Irgendso ein Wichser hat mein Bike geklaut. Ja, voll, weiß ich nicht. Alles gut. Da musst du mit Renni reden. Okay. Ja, zudem bin ich gerade. Alter, warum wohnen wir nicht hier? Hier ist alles. Guck mal, hier ist Händler. Beute. Hier ist alles, was du willst. Warum wohnen wir nicht hier? Beute abgeben. Freaker Ohren können gesagt... Und Freaker Ohren können gesammelt und im Camp bei Beutehändlern abgegeben werden. Um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten, verschiedene Freaker bieten unterschiedliche Belohnungen. Okay. Okay. Ähm, 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 ähm. Hey, hey. Sehr gut. Das war's. Alles klar. Du hast doch Beute, oder? Okay. Ähm, ähm, was machen die denn damit, Alter? Bleib sauber. Und fasst du mit dir in der Wind? Verkaufen von Zombies. Und die hat da rechts so eine Tonne mit Lagerfeuer stehen. Ich bin heute nicht auf Ärger aus. Und hier gibt's dann wahrscheinlich gebratene, äh, Rinderohren oder so. Hey, Manny. Zu essen. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen? Oder warst du beschäftigt? Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Das Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich hab es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, 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 oh. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart herangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Malz. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert. Und es da hinten rumklappern lassen und äh... Kriege ich mein Bike jetzt wieder? Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Loser. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Wie geil das da ist. Du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist der irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Was für dicke Waffen die ja haben. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Welt. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz. Die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es. Ich hab Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so. Den Leuten hier geht's beschissen, Deak. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deak. Und danach? Tja. Dann tun wir was für dich. Das Bike. Das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deak. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Stopp, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Poop. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Ach so, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferungen. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ich glaube es ist unser Bike. Nein, ich bin nicht, aber... Ich bin dafür unser Bike. Das dachte ich mir. Das gehört eh uns. Mann, Alter. Dafür klau ich mir deine Knarre hier. Kann ich nicht. Okay, wir tun uns hier natürlich nichts, oder? Oh! Ja, Kopf. Ich schwätze, jetzt nimmt uns niemand. Die Waffen haben was. Kann ich jetzt hier nichts kaufen, oder was? Oder handeln, oder irgendein Dreck. Bis ich hier für den dann den Job erledigt habe. Ausdauerverbrauch. Was willst du hier? Ah! Unser Bike. Diek, diek! Warte. Du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es wieder gut machen, ich schwör's. Ich habe ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mache dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Hau ihn doch in die Fresse! Das war der Tank unserer verstorbenen Frau. Wow! Captain Shiny, Captain Shiny, kannst du den Bike... Oh, okay. Da kannst du auftanken, reparieren, anpassen und Motorteile verbessern. Alles klar, wir können unser Bike sogar... Oh, nice, Alter. Ey, Leute, wir können unsere Leistung vom Bike verbessern. Die Optik können wir verändern. Und die Lackierung. Das ist geil. Das ist echt cool. Nice. Okay, es ist jetzt nicht so krass. Aber es ist cool, dass man es so personalisieren kann, ne? Ich krieg später mehr rein. Gut, dann geht mir mal hier mein Ersatzbein. Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Driften. Tippen wir an, wenn du mit R2 beschleunigst, um zu driften. Gleichseitiges Drehen und driften kann sehr nützlich sein, um Kurven schneller zu überwinden. Okay. Rosa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay. Ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt. Da sterile Verbände holen, ne Salve oder so. Ja, klar. Mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Ja, Broussard. Nein, nein. Du hast Verbrennung im dritten Grad. Du rufst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube, ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauch was für Boosers Arm. Sag mal, Junge. Ich geb dir, Alter. Nimm dir. Und krieg noch ein... ...Upskegel von meinem Bike. So. Also mein Bike jetzt. Okay, mein Bike ist hier. Muss ich jetzt hier? Was muss ich denn hier machen? Achso. Bike speichern. Spielern. Ja, drücken wir mal. Bike schnell. Okay. Man kann also beim Bike auch speichern. Mein Bike ist praktisch mein... ...Speicherpunkt. Wo bist du? Ich glaube, die anderen, die haben gar nicht so viel ausgehalten. Ich glaube einfach... ...der trifft noch nicht so gut. So, muss ich mal ein bisschen heilen. Hab ich nichts zum Heilen? Doch, gut. Da kann ich was draus machen. Ey, dieses Gestöhne da drin macht mich fertig. Was, ey? Bingo! Da ist er. Ah, da ist er. Oh, okay. Shit, geht nicht auf. Okay. Geht nicht auf. Wir müssen wieder krabbeln oder sonst irgendwas. Hier geht gar nichts auf, hä? Ne, da ist alles verschlossen. Auch nichts. Wir können aber wieder aufs Dach. Oh. Hier ist wieder was für ein Cocktail zu bauen. Wie kommen wir denn hier rein? Müssen wir denn überhaupt da rein? Was haben wir hier? Aha. Können wir abmachen. Wollen wir dann später kein Alarm auslöst, oder wie, hä? Das ist ja interessant. Das ist wieder nur Gestöhne ist hier wieder nur. Aber wie kommen wir denn jetzt hier rein? Was haben wir hier? Hier ist nichts. Was ist denn da los? Ay caramba. Das ist ja ganz nach meinem Gusto. Ein Hackabeldschiff. Ah, hat der so eine Schlüsselkarte, oder so was? Der hat nur einen Lappen. Der Lappen. Fest verriegelt. Wie kommen wir da rein? Stuhlbein. Stuhlbein. Wie behalten wir die Axt? Die Axt finde ich nice. Macht bestimmt auch gut Damage. Mal einen groben Überblick verschaffen hier. Guck mal, die ganzen Kabel, die gehen da irgendwie. Muss da vielleicht erst mal Strom drauf, aber ich glaube, da ist kein... Ich guck mal hier im Häuschen. Kannst du nicht ins Häuschen? Nee, ins Häuschen kannst du nicht. Vielleicht finde ich was in den Autos, das mir hilft. Rudi, komm, mach das Ding auf. Gut. Mutterhaube? Jawohl. Schrott. Schrott können wir immer gebrauchen. Oh, da haben wir Maxi. Kann ich nicht noch irgendwas grinden hier? Herstellen kann ich da nix. Kann ich noch Monotov-Cocktails machen? Ja. Monotov kann ich noch machen. Alter, guck mal, ich kann Dynamit. Ich hab eine Rohrbombe, Digis. Nicarino. Bolzen kann ich auch nicht herstellen. Muss ich alles noch sammeln. So, wir bleiben mal noch bei der Pistole. Gut. Die Flasche hier, die konnte man auch nicht sammeln, ne? Ich guck mal, ob man hier bei den Autos noch irgendwie was grinden kann. Aber da muss man doch irgendwie reinkommen. Deswegen bin ich doch hier. Vielleicht hier im Dixi? Weil. Okay. Okay. hier auf der map ist ja eine stelle markiert so der will dass hier irgendwas ach guck mal da los du scheiß ding spreng schon an ich weiß wo benzin ist da ist benzin kann ich mit benzin rennen jawohl pass auf in dem moment wo ich jetzt hier tanke bricht doch die hölle über mir zusammen oder gutes timing das war's jetzt gehen die sirenen auch nicht los ich hab alle abgemacht sterile verbände wo bewahren sie die bloß auf hier haben wir wir haben was ist denn das neuro injektor neuro injektor findest du in neros mobilen medizinischen einheiten kontrollpunkt du kannst damit dauerhaft deine gesundheit ausdauer oder konzentration das ist das das ist das aus und die konzentration erfordert ich denke wir nehmen erst mal gesundheit ich denke damit ist man auf der sicheren seite wir nehmen das mal das war ein bisschen mehr aus schon schief gehen 25 wir haben einen duffer erhalten so dann waffenschrank wir haben mal praktisch auch mal so zwischen stützpunkt ja und ja das mit den freunden abhauen sollen Willkommen in meiner Welt, oh dämlicher Schwachkopf. Oh dämlicher Schwachkopf. So. Wir gucken mal noch einmal grob drüber. Aber ich glaube, wir haben alles. Ich gucke mal noch hier rein. Hier war ich noch nicht. Die Flasche ist immer gut. Aha. Der ist doch nie im Leben tot. Oder? Ist der tot? Bleib tot, Junge. Bleib tot. Was ist das hier? Gut. Dann gehen wir jetzt zu unserem Bike. Was war da? Dann rüber zu unserem Kollegen. Rosa, bist du da? Rosa, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Wo sind wir denn hin, Junge? Da sind wir doch richtig. St. John, hier spricht Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bringen sie in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Die den Saft abzuhren, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten Ihnen wohl nicht. Nicht stehe, nicht mauten. Oder es ging Ihnen wie mir. Und Sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John, Ende. Chill, Junge, chill. Ich hab kein Zeil. Okay. So, dann mal schnell zu unserem Kumpel. Ich hab ja ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Hey, Bousa. Ich, äh, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Bousa? Oh, nee. Oh, shit. Bousa! Oh, Bousa. Oh, shit. Scheiße, Deak. Oh, er lebt doch so. Das hätte ich dich umgeballert. Ich will euch ja mal den Arm anziehen, ja? Nein. Oh, nein. Das ist mal den Arm anziehen. Alles gut. Hey, Deak. Danke, Mann. Keine Ursache, Bousa. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Bousa ist übrigens der Nachname, ne? Der heißt mit Vorname Haya. Schönes Ding. Schöne kleine Mission gewesen. Ich würde sagen, Leute, wir machen hier auch den nächsten Stoppili. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, zeigt es mir mit einem kleinen Daumen. Ihr wisst, dieser Kanal ist eine Herzensangelegenheit. Ist ein kleiner Traum von mir, dieser Kanal. Lasst mich weiter dran glauben. Zeigt es mit einem Daumen. Und das Abo macht euch zum Babo. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt die nächste Episode. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Haltet euch munter. Guckt euch das Video an. Ich hoffe, euch gefällt es. Und ansonsten sehen wir uns. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020